Musik Mein Name ist Vanessa Funk. Tonet ist einer der ältesten familiengeführten Hersteller von Möbeln und wurde 1819 gegründet und ist bekannt geworden durch die Buchholz-Klassiker und Stahlrohr-Klassiker. Ich habe den Beruf Kauffrau für Marketingkommunikation bei Tonet. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man lernt verschiedene Bereiche wie zum Beispiel Online, Print und Messen kennen. Bei Tonet gibt es auch die Möglichkeit Weiterbildungen zu machen. Ich zum Beispiel habe eine Weiterbildung zur Online-Marketingmanagerin gemacht und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel ein duales Studium. Ja, hallo, mein Name ist Christina Müller. Ich bin gelernte Außenhandelskauffrau hier bei Tonet, habe meine Ausbildung vor ca. einem halben Jahr beendet. Die Ausbildung zur Außenhandelskauffrau findet in Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Marburg statt. Dauert drei Jahre. Und Bestandteil der Berufsausbildung ist unter anderem ein Auslandspraktikum, welches während der Ausbildungszeit im Ausland absolviert wird und mindestens zwei Wochen, maximal drei Monate umfasst. Während der Ausbildung lernt man quasi alle Stationen des internationalen Handels kennen, aber auch andere kaufmännische Grundlagen, sodass man nachher wirklich vielfältig im Beruf auch einsetzbar ist und in vielen Bereichen auch tätig werden kann. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Tätigkeitsbereich hier im Export, in dem ich hauptsächlich tätig bin, im Bereich Asien, Arabien und Südosteuropa. Das sind die Bereiche, die ich persönlich jetzt betreuen muss und dort ist natürlich auch die englische Sprache von sehr großem Vorteil, wenn man diese gut beherrscht, weil man viel mit Spediteuren als auch mit Fachhandelspartnern zu tun hat und da natürlich die gängige Geschäftssprache Englisch ist, wo natürlich auch, ich sage mal, von Kunden an die Firma Tonet auch ein gewisses Niveau herangetragen wird, was man dann auch natürlich möglichst halten sollte. Also nach der Ausbildung gibt es natürlich auch weitreichende Weiterbildungs- und auch Aufstiegschancen, die unter anderem das duale Studium in verschiedenen Bereichen, sei es das Mittelstandsmanagement oder internationale Wirtschaftsbeziehungen umfassend sein können oder auch ganz allgemeine Weiterbildungen wie der Ausbilderschein oder die Weiterbildung zum Betriebsfachwirt. Das sind nur einige der vielen Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungschancen, die man nach dieser Berufsausbildung wahrnehmen kann. Hallo, mein Name ist Benjamin Klaus und ich stelle hier bei der Firma Tonet den Beruf des Polsterers vor. Also der Beruf ist ein sehr handwerklicher Beruf. Es geht um viele Materialien, die man kennenlernt. Die Ausbildung bezieht sich auf drei Jahre. Die Schule dazu befindet sich in Gießen. Einmal die Woche grundsätzlich Schule. Jede zweite Woche hat man einen Tag Werkstattunterricht dazu, wo man halt eben auch in der Werkstatt arbeitet und die Materialien besser kennenlernt. Wir haben hier innerhalb unserer Abteilung mehrere kleinere Abteilungen, in denen halt eben verschiedene Materialien verarbeitet werden, in denen wir aus unserer Holzfertigung halt eben Material bekommen, was dann mit Schaumstoff beklebt wird, wo Stoffe und Leder zugeschnitten werden und verarbeitet werden, die auch alle unterschiedliche Eigenschaften haben können. Weiterhin zu der Näherei, wo in der Näherei halt eben die ganzen einzelnen Zuschnitte zusammengenäht werden und anschließend dann hier bei den Polsterern gepolstert werden und über die schaumbezogenen Teile drüber gezogen werden. Es ist eine sehr umfangreiche Ausbildung. Man lernt viel kennen. Handwerkliches Geschick ist auf jeden Fall ein Vorteil und macht auf jeden Fall Spaß, weil man Abwechslung hat. Wir haben hier bei der Firma Tonet eine Produktentwicklung und in dieser Produktentwicklung werden halt eben neue Produkte entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen, die halt eben später dann dafür zuständig sind, das auch alles möglich zu machen. Erfahrungswerte werden ausgetauscht. Ist was überhaupt machbar und umsetzbar? Das spielt eine sehr große Rolle, um halt eben auch wirklich ein langlebiges und hochwertiges Produkt herzustellen. Hallo, hier ist der Jan-Martin Christen. Ich bin bei Tonet angestellt und zeige euch den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik für die Ausbildung. Und zwar für Fachkraft für Lagerlogistik, darum geht es. Geht es hauptsächlich, die Hauptaufgaben sind Kontrolle der Ware. Wir kontrollieren die Ware. Dann müssen wir die Ware kommissionieren. Das gehört ein bisschen Rechenverständnis dazu. Ein bisschen Zähverständnis. Dann gehört noch ein kaufmännischer Teil dazu. Wir müssen die Ware einbuchen ins System. Das Computerkenntnisse, EDV-Kennnisse sind vom Vorteil. Und die Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Fachkraft für Lagerlogistik könnten so aussehen, man könnte zum Beispiel danach im Einkauf gehen und die Ausbildungsdauer ist drei Jahre. Und im dritten Jahr hat man nochmal einen großen kaufmännischen Teil. Dann hört sich da an.